Arwen, wer ist da? Wollen wir da wieder jemanden, den du ärgern kannst? Da steht er. Schüchtern jemanden. Ach komm Jamie, ist doch alles gut. Der Kocha, was ist? Der traut sich noch nicht. Der traut sich einfach noch nicht. Da wirst du warten, Süße. Der Kocha steht hier, hier hin und fiepst. Aber nee, nee. Nicht, dass er sich bedrängt fühlt. Dass er von alleine zu uns ins Wohnzimmer kommen, der Süße.